Beşiktaş İstanbul Beşiktaş İstanbul Pepe zahlt Gehälter von Mitarbeitern auf dem Platz ist Pepe für seine zuweilen harte Gangart bekannt. Aber bei seiner Vertragsauflösung bei Beşiktaş İstanbul zeigt der Portugiese ein großes Herz. Pepe und Beşiktaş İstanbul haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Aber vor seinem endgültigen Abschied überraschte Pepe die Mitarbeiter des Vereins mit einer rührenden Giste. Beşiktaş befindet sich aktuell in argen Finanznöten, daher kam es bereits am Montag zum überraschenden Abschied von Pepe. Durch seine Vertragsauflösung ermöglichte der Portugiese, dass der 15-malige türkische Meister die Gehälter anderer Spieler bezahlen konnte, Service, Superlick im Sport 1 Datencenter, Pepe bezahlt Vereinsmitarbeiter aber selbst das war noch nicht alles. Wie die Marker berichtet, dachte der ehemalige portugiesische Nationalspieler noch vor der Vertragsauflösung auch an die Mitarbeiter des Vereins, die nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Dank seiner Mithilfe konnten die Gehälter von zahlreichen Angestellten, von den Gärtnern bis zu den Köchen, bezahlt werden. Auf dem Platz ist Pepe für seine raue Gangart bekannt, aber mit dieser Geste hat er bewiesen, dass er abseits des Platzes ein großes Herz besitzt.